Ich grüße euch heute zu einem Follow-Me-Around und zwar heute ist Samstag, ich bin müde. Ich bin aber heute eingeladen und ich freue mich da schon seit einigen Wochen drauf bei Pura Vida hier in München. Und zwar, ich weiß nicht, hier ist das Schild, genau. Ich darf heute die Hollywood Detox Behandlung testen. Das ist so eine Mischung aus Peeling, Ausreinigung, Porenverfeinerung und ja, eine Art Nackengesichtsmassage. Und ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung an die liebe Sonja, die ihr auch gleich sehen werdet. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Follow-Me-Around und bin gespannt, was ihr sagt. Ich bin gespannt, wie ich die Produkte vertrage. Es ist Naturkosmetik. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein und lassen uns überraschen. Also wir machen heute eine Behandlung komplett mit natürlichen Inhaltsstoffen, das Hollywood Detox Treatment. Dann kriegst du eine ganz wunderschöne Packung auf die Haut, die ich selber anrühre. Komplett ohne irgendwelche Parabinen, Mineralöl oder Silikone. Und die tut deine Haut erfrischen und reinigen und einfach schön machen. Jawohl, ich freue mich. Ich bin die liebe Sonja, von der ich euch gerade erzählt habe noch. Ich bin die liebe Sonja, von der ich euch gerade erzählt habe noch. Ich bin die liebe Sonja, von der ich euch gerade erzählt habe noch. Ich bin die liebe Sonja, von der ich euch gerade erzählt habe noch. So meine Lieben, jetzt habt ihr schon mal direkt das erste Ergebnis nach der Behandlung. Ich muss sagen, ich bin super entspannt, ich bin super happy und ich glaube, ich sehe auch einiges besser aus als vorher. Ich war ja schon sehr müde. Ich habe euch ja gesagt, ich habe nicht gut geschlafen und ja, das hat man mir glaube ich auch angesehen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei der lieben Sonja bedanken. Ich möchte euch auch erklären, warum ich dieses Video gemacht habe. Ich bekomme dafür kein Geld. Ich musste auch kein Video machen. Es war mein Vorschlag, dass wir ein Video drehen. Ich finde es einfach toll, wenn junge Menschen an ihren Traum glauben, sich selbstständig machen und es auch leben und probieren. Und deswegen möchte ich die liebe Sonja hier auch unterstützen. Ihr habt sie ja auch gesehen. Es ist eine super nette, liebe Maus. So viel von mir. Ich wünsche euch noch eine tolle Woche, einen tollen Tag und bis zum nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Ciao.